In der heutigen DOCS 42 Class drehe ich alles rund um Power Automate. Herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Pulsinger, ich bin Business Technology Evangelist bei DOCS 42 und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit Ihnen einen DOCS 42 Connector in Power Automate anlegen kann, einen DOCS 42 Flow Trigger kann und somit automatisch Dokumente erstellen, ohne jeglichen manuellen Aufwand, nicht nur mehr einen Klick, müssen Sie machen. Was erwartet uns in den nächsten circa 30 Minuten? In den nächsten 30 Minuten erklären wir Ihnen, wie Sie Power Automate mit DOCS 42 online nützen, wie Sie einen Custom Connector für Power Automate erstellen, das machen wir gemeinsam und einen DOCS 42 Flow mit Trigger aus SharePoint Teams oder D365 CE einrichten. In unserem Beispiel heute bleiben wir im SharePoint, das ist aber natürlich, wie auch hier in der Agenda erwähnt, der Trigger ist aus Teams oder auch aus D365 CE oder aus anderen D365 Anwendungen möglich. Gut, legen wir also los, ich schalte jetzt meine Kamera wieder ab, bei Fragen bitte gerne in das Chatpanel reingeben und dann wünsche ich viel Spaß. So, und wir starten, indem ich das Szenario nochmal aufzeige, das wir heute erreichen möchten. Und zwar sind wir hier im SharePoint und wir haben eine SharePoint-Liste mit unseren Mitarbeitern. Und normalerweise soll eben diese Mitarbeiterliste, da machen wir einmal im Monat, machen wir eine Auswertung, wie war das Achievement, wie war die Leistung unserer Mitarbeiter, wer hat am besten abgeschnitten, wer können wir promoten sozusagen und dann möchten wir immer eine Liste erstellen. Die Liste könnten wir mit Docs 42 erstellen, mit einem Button Aufruhr 4. Wir möchten das Ganze aber automatisieren und wenn sich zum Beispiel ein Mitarbeiter verbessert, verschlechtert ist natürlich auch möglich oder ein neuer Mitarbeiter dazukommt, das eben automatisch ins Dokument erstellt wird. Das Dokument soll erstellt werden und dann in einer anderen SharePoint-Library abgespeichert werden. Also das ist unser Ausgangspunkt, unsere Mitarbeiterliste. Jetzt zeige ich auch noch die Vorlage. Die Vorlage, die haben wir natürlich auch am SharePoint abgelegt, unter Docs 42 Templates. Hier liegt unsere Employee-List. Ich öffne sie aus dem Explorer, damit wir die ansehen können. Unser fertiges Dokument, ich generiere das nochmal lokal. Unser fertiges Dokument soll dann so ausschauen und eben mit Power Automate generiert werden. Wir sehen einfach die Mitarbeiter, wie sie abgeschnitten haben. Gut, was benötigt es dafür? Zum einen benötigt es einen Docs 42 Server, Docs 42 Online, also einen Docs 42 Online Zugang. Den habe ich hier von uns hier geöffnet. Sie müssen Docs 42 als App in Azure Active Directory registrieren und dann das ganze Setup mit Power Automate machen. Und das starten wir auch gleich jetzt direkt los in Microsoft Power Automate. Gut, wir gehen hier in Power Automate und bei Data Custom Connector, so stellen wir jetzt einen Custom Connector. Hier ist ja auch dazu gesagt, Docs 42 entwickelt sich natürlich ständig weiter. Momentan ist eben unsere Möglichkeit, mit Power Automate zu arbeiten über einen Custom Connector. Aber bleiben Sie gespannt, da wird sich auch in Zukunft einiges tun und da wird es vielleicht auch noch einige andere zusätzliche Möglichkeiten geben, wie Sie mit Docs 42 und Power Automate arbeiten können. Aber gut, zurück zu unserem Custom Connector. Ich erstelle einen neuen vom Blank von Anfang an und ich gebe dem Ganzen jetzt einen Namen und ich nenne ihn jetzt einfach mal Webinar Employee Flow. Erster Schritt ist getan. Jetzt kann ich dem Ganzen ein Icon geben, damit das schön ausschaut. Am Desktop den Docs 42 Teil hoch. Description könnte ich hier noch einfinden. Lasse ich jetzt raus. Und jetzt braucht es den Host. Und der ist der Host, das ist der Docs 42 Online Server, der Link dazu. Und hier bin ich ja an meinem Docs 42 Online Server. Den kopiere ich mir raus. Und den füge ich jetzt hier ein. Ohne das HTTPS, sondern wirklich nur Docs 42, halt ihre Domäne Docs 42 Online. Gut, dann als nächstes, das ist der erste Schritt. Als nächstes geht es schon um die Authentifizierung unseres Custom Connectors. Hier wähle ich die OAuth 2.0 aus. Und dann als nächstes, Docs 42 arbeitet ja mit Azure Active Directory, mit der vollen Impersonierung. Und wir nehmen alle Security-Rechte als Azure Active Directory mit. Deshalb brauchen wir hier beim Identity Provider, wählen wir Azure Active Directory aus. Und jetzt als nächsten Schritt möchte eben der Power Automate, möchte eben die Client ID und die Client Secret unseres Docs 42 Online als unserer Azure Active Directory Konfiguration abfragen. Und das haben wir schon im Vorfeld vorgenommen. Wir haben da ja unseren Docs 42 Online Server. Den haben wir als App im Azure Active Directory registriert. Hier haben wir Docs 42 Online als App. Und da benötige ich hier jetzt zuallererst unsere Application ID, die Client ID. Die kopiere ich mir hier raus. Und auch ein Client Secret wird benötigt. Also in Azure Active Directory kann man ja Client Secrets anlegen. Die sind bei Zertifikate. Und hier haben wir die Client Secrets. Hier ist wichtig, unbedingt dieses Client Secret rauskopieren, wenn Sie das verwenden. Weil das kann man von hier raus nicht mehr abrufen. Ich habe das schon erledigt und füge das jetzt dann auch gleich bei mir an. Genau. Dann die Login URL, die bleibt die gleiche. Die Client Secret, die kommen, bleibt auch. Und dann als Resource URL, da müssen wir jetzt unseren Sharepoint angeben. Denn dort holt sich dann der Flow, holt sich das Token, authentifiziert sich damit und holt sich eben dort alle Berechtigungen. Der Scope ist auch sehr wichtig und der bezieht sich auch auf den Sharepoint und der ist dann von den Rechten her all sides right. Diese Berechtigungen haben Sie auch der DOCS 42 App im Azure Active Directory Admin Center gegeben, da ja der Flow auf den Sharepoint zugreifen muss und die Dokumente ja dann generieren und auch ablegen soll. Deshalb braucht ihr hier die Schreibrechte. So, als nächstes ist die Redirect URL wichtig. Die kann man nur abrufen, indem man den Connector einmal erstellt. Also gehe ich hier mal auf Create Connector. Jetzt speierter mir meinen Custom Connector Successfully Created. Das klingt schon mal gut. Und jetzt hier unten diese Redirect URL, die kann man kopieren. Und hier ist auch noch einmal wichtig, dass wir zurück in unsere Azure Active Directory App Registration gehen. Und dann bei Authentication unsere Redirect URL einfügen. Und die kopieren wir und geben wir hier ein. Und hier haben wir die. Das ist, wenn Sie einmal einen Power Automate erstellt haben, eine Custom Connection mit DOCS 42, das ist auch immer die gleiche Redirect URL, die brauchen Sie nur einmal einfügen. Das ist genau diese. Und bitte dann das Ganze speichern. Gut, ist das erledigt, geht es auch schon zum nächsten Schritt, und zwar die Definition. Jetzt müssen wir eine neue Action anlegen. Und die nennen wir einfach Blocks 42 Employee Webinar, nenne ich die mal. Und die Operation ID muss ich auch eine dazugeben. Da sage ich auch Webinar.de. Können Sie nennen, wie Sie möchten. Das ist einfach die Action, die dann aufgerufen wird mit diesem Power Automate, mit diesem Flow. Und hier ist auch jetzt wichtig, ein Request hinzuzufügen. Also was soll denn geschehen? Und hier kann ich sagen, Import vom Sample. Da können wir es uns auch wieder einfach machen. DOCS 42 ist ja ein Web-Service, das über REST oder SOAP-Aufrufe getriggert, also abgerufen, angestoßen wird. Und wir haben den DOCS 42 Server Designer, wo wir sehr, sehr einfach so einen REST-URL schon erstellen können. Und die können wir hier dann einfach importieren. Und ich öffne den Server Designer. Und hierzu sei gesagt, so sieht er momentan aus, aber in ein paar Wochen haben wir hier auch ein großes Release, wo dieser um ein Vielfaches modernisiert wird, aber jetzt auch eine DOCS 42 Class geben. Hier öffne ich meine Konfiguration, die habe ich hier schon vorbereitet, wo ich eben DOCS 42 sage, wie soll meine REST-URL ausschauen. Mein DOCS 42 Service nehme ich. Wo liegt meine DATA-MAP und meine SharePoint-Action, also dass das Dokument generiert werden soll. Gut, und dann kann ich hier auf REST-URL gehen und kopiere mir diese einfach raus. REST-URL hier rein. Und dann bei dem Header brauche ich nur noch ACCEPT reinschreiben. Ja, ich muss auch noch zusätzlich rein. Und das ist GET. Und jetzt kann ich das Ganze importieren. Und jetzt haben wir hier unten unser REQUEST. Und können jetzt auch schon fortfahren, aber damit das dann später beim Testen einfacher ist, gebe ich jetzt hier auch noch DEFAULT-VALUES für meine verschiedenen Operations ein. Also hier habe ich meine Operation und die soll sein, die Operation ist GENERATE DOCUMENT. Also wenn ich ein Dokument, ein Word-Template generiere, möchte ich GENERATE DOCUMENT. Ansonsten ist GENERATE SLIDE oder SPREADSHEETS, wenn ich mit Excel oder PowerPoint arbeite. Gut, das ist die Operation. Dann als nächstes der Link, der Pfad zu meinem Document-Template. Den muss ich hier angeben. Den kopiere ich mir raus. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, wenn Leerzeichen in Fahrt sind. Die Leerzeichen bitte mit Prozent 20 ersetzen, dass die richtig übernommen werden. Gut. Das ist unser DOCUMENT. Dann unsere SharePoint-Seite. Hier auch dazu. Und hier auch, sehr wichtig, Leerzeichen mit Prozent 20 soll ersetzt werden. Dann unsere LIBRARY. Wo sollen die Dokumente dann abgelegt werden später? Die LIBRARY, die heißt EMPLOYEE DOCUMENTS bei uns. Dann der File-Name. Wie soll das Dokument denn heißen? In unserem Fall haben wir hier einfach einen statischen Namen. Natürlich könnten Sie hier auch noch mit dynamischen Variablen arbeiten, wie das Dokument, wie der File-Name zum Schluss heißen soll. Wir sagen, es wäre ein PDF-Werden, wir nennen ihn einfach Employee List Flow. Und dann braucht es noch Azure ID. Das setzen wir auf TRUE. Wir authentifizieren es ja mit Azure ID. Und zu guter Letzt noch den Header Accept. Und der nennt sich Application JSON. So, jetzt haben wir unsere Werte aufgesetzt. Jetzt können wir schon zum Testen übergehen. Dafür brauchen wir eine Connection. Aber zuerst spreche ich den Connector einfach mal. Damit das Testen auch funktioniert. Sechs haltet es für die Abdehne. Das schaut schon mal gut aus. Ich gebe jetzt hier eine neue Connection ein zum Testen. Also jetzt kommt schon die Authentifizierung mit meinem Microsoft-Account. Den habe ich hier. Connection ist hier. Und hier kann ich jetzt schon meine Default-Value sehen. Also ich will ein Dokument generieren. Hier liegt das Template in meiner SharePoint-Library auf dieser Seite. In dieser Library soll es gespeichert werden mit diesem Namen Application JSON. Und jetzt testen wir die Operation, ob das Ganze so funktioniert, wie wir möchten. Hier steht Validation succeeded. Das ist schon einmal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und dann schauen wir auch in unsere Sales Orders, in unsere Employee-Documents. Und hier sehen wir vor ein paar Sekunden ist unser Employee-Flow-Dokument erstellt worden. Sehr gut. Also das Ganze funktioniert schon. Der Custom-Connector ist erstellt und funktioniert genauso, wie wir es möchten, wie wir es benötigen. Perfekt. Jetzt ist aber natürlich der nächste Schritt. Wir möchten ja nicht den Custom-Connector nur über diesen Test eben triggern. Wir möchten wirklich einen Flow dahinter setzen. Also erstellen wir jetzt im nächsten Schritt noch einen Flow. Da wechsle ich jetzt hier zu My Flows, gehe hier oben auf Neu und gehe dann auf Automated Create from Lens. Also ich setze mir einen neuen Flow auf. Den nenne ich jetzt einfach auch Employee Webinar Flow. Und hier kann ich von vielen, vielen unterschiedlichen Triggern wählen. Das Ganze kann aus Dynamics kommen, aus SharePoint, wo auch immer. Ich möchte hier, wenn ein SharePoint-Item created oder modified, den hier auswählen. Das ist mein Trigger. Dann erstelle ich jetzt mal hier meinen Flow. Sehr gut. Und jetzt gebe ich hier meine Site-Adresse an. Die wird hier schon mal hier reingeladen. In meinem Fall sind es die Sales Orders. Und meinen Listennamen brauche ich auch dazu, wo das getriggert werden soll. Das ist die Employees, heißen die bei mir. Also gebe ich hier Employees ein. Das ist jetzt nicht schon vorgeschlagen, aber ich kann hier eine Custom Value eben eingeben. Sehr gut. Und wenn, jetzt muss ich nur sagen, okay, wenn ein Item created oder modified wird, also angetastet oder zugefügt wird, dann soll mein Docs 42 Trigger und zwar mein Webinar Employee Flow, dann soll dieser stattfinden. Also, Webinar Employee Flow, hier dieser sehr gut, dann speichern wir das Ganze und Trigger. So, jetzt hat es funktioniert und jetzt kann ich den speichern. Und hier sehen wir auch schon wieder, das was uns eben sehr, sehr viel erleichtert, dass wir die Default Values eingegeben haben, haben wir hier auch schon die Default Values hinterlegt. Das Ganze ist gespeichert, sehr gut. Jetzt gehe ich hier zurück zu meinen Flows, hier können wir einfach auf okay sagen. Jetzt habe ich hier meinen Webinar Employee Webinar Flow und jetzt testen wir das Ganze natürlich auch noch. Und jetzt gehen wir hier in meine Employee Liste zurück und ich öffne hier einfach mal die Elena Heinzer. Die hat 97%, die hat aber bei uns im letzten Monat overperformed und deshalb hat sie ein Achievement heute von 99%. Das Ganze ist gespeichert und jetzt wird im Hintergrund automatisch eben dieser Flow getriggert. Docs 42 authentifiziert sich mit dem Flow, Docs 42 online mit dem Azure Active Directory, mit der registrierten App generiert uns das Dokument und legt es uns erneut ab in unseren Folder. Schauen wir zuerst zurück zu unserem Flow, hier gehen wir mal auf aktualisieren und dann gehen wir hier auf All Runs, unsere Run History. Okay, und hier sehen wir, der dauert zwei Sekunden und der läuft gerade noch. Okay, dann werden wir gleich nochmal. Hier stehen wir, succeeded, drei Sekunden hat der Flow diesmal gebraucht. Jetzt gehe ich zu meiner Employee List, Employee Documents, a few seconds ago wurde das Dokument von mir erstellt. Wir arbeiten ja hier mit Azure Active Directory, wäre es über einen Kollegen geschehen, eben dieser Flow, diese Connection, denn wir haben ja eben ein anderer Name hier dabei. Und hier sehen wir, jetzt ist es aktualisiert, das Dokument, wenn wir auf 100% gehen, hat die Elena Heinze 99% erreicht. Also der Flow hat funktioniert, das Dokument wurde erstellt und jedes Mal, wenn etwas abgedatet wird, automatisch hat man immer genau die Übersicht, wie erwartet unser High-Performer in unserem Szenario. Gut, so einfach stellen Sie einen Docs 42 Flow. Ich kann Ihnen einfach noch ein paar weitere Beispiele zeigen, welche Flows wir noch haben. Zum Beispiel haben wir auch noch natürlich einen Flow mit Dynamics CRM. Ich öffne den mal, dass Sie den sehen. Und hier schaut die Action so aus, wenn eine Sales Code in Dynamics CRM angepasst wird, dann wird auch Docs 42 getriggert, ein PDF-Dokument erstellt und am SharePoint abgelegt. Und das schaut hier sehr, sehr ähnlich aus, dieser Aufruf, was wir hier noch hinterlegt haben. Sie können natürlich auch mit Variablen dieses Flows aus Power Automate arbeiten. Und hier haben wir die Quote ID dynamisch eingesetzt in unseren Eingabe-Parameter, die wir hier haben. Und hier haben wir auch den Namen des Dokuments dynamisch gemacht und hier schreiben wir auch dynamische, hier schreiben wir auch dynamische Metadaten mit. Und wenn ich jetzt, wenn ich hier auf meine, in meinen SharePoint wechsle, zu meinen Dynamics CRM 65, zu meinen Sales Quotes, dann sehen wir hier, so schaut der Flow, den haben wir eben gestern getriggert, so schaut der aus Dynamics aus, hier mit einer Quote ID automatisch zugeschrieben, das hat der Fabian Huber gemacht und hier auch ein Dokument abgelegt. Das wurde aber über einen Floor aus Dynamics getriggert. Gut, das war der Content vom heutigen Webinar. Also fassen wir noch mal kurz zusammen, was haben wir gelernt? Momentan die Möglichkeit mit Drops 42 Online und Power Automate zu arbeiten, ist über den Custom Connector. Der ist schnell erstellt. Sie benötigen dafür einmal einen Doks 42 Online Server. Den Zugang können Sie gerne von uns beantragen. Sie müssen Doks 42 Online als App in Azure Active Directory registrieren. Sie benötigen natürlich eine Doks 42 Vorlage. Mit dem Doks 42 Server Designer können Sie den auch vorkonfigurieren. Danach erstellen Sie eben einen Custom Connector mit Microsoft Power Automate und dann einen Flow mit Trigger aus SharePoint. So, ich schalte noch mal kurz meine Kamera ein. Ein paar Announcements noch. Also wir haben ja die Doks 42 Classes, die Webinar Tutorials, die finden ja wöchentlich statt. Jetzt im Sommer haben wir den Zeitraum ein bisschen erweitert. Und am 29. Juli findet die nächste Klasse statt über SharePoint Advanced, wo Sie lernen, wie Sie mit SharePoint, Site Collections arbeiten, Multi-Value Fields und so weiter. Und der Server Designer wird auch, der neue Server Designer wird am 26. August dargestellt. So, ich habe auch noch ein Feedback bekommen. Dankeschön für das Feedback. Das ist jetzt eine super Anleitung. Da ist es sehr, sehr gerne. Sofort uns immer wieder, wenn wir Feedback zu unseren Klärten bekommen, wenn es für Sie hilfreich ist. Also immer schön zu wissen. Genau, und wenn Sie ansonsten, wenn Sie noch weitere Informationen brauchen, unsere Website besuchen und schreiben, entweder an Info oder direkt an mich. Sie können Doks 42 kostenlos 30 Tage lang testen. Wir können auch gerne noch eine persönliche Demo durchführen. Sehr, sehr gerne. Und bei Feedback fragen und wünsche, die sind jederzeit willkommen. Vielen, vielen Dank heute fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß mit Doks 42 und Power Automate.